Ich begrüße euch zu meinem 26. Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema außenpolitischer Umgang. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist zum Zeitpunkt, wenn dieses Video gedreht wird, Donald Trump. In deutschen Medien wird dieser Präsident immer versucht lächerlich darzustellen oder schlecht zu reden. Was aber bitte soll das? Uns muss nicht alles gefallen, was dieser Präsident macht oder welche politischen Forderungen er aufstellt. Er wurde in den Vereinigten Staaten von Amerika zum Präsidenten gewählt, um sein Land, die USA, zu regieren und nicht die ganze Welt. Es ist vermessen, nur weil er Entscheidungen trifft, die unserer politischen Führung nicht gefallen, ihn zu dämonisieren. Seine Aufgabe ist es, die USA zu regieren und nicht uns irgendwelche Vorteile zu ermöglichen. Am Verhalten von Donald Trump sollten sich einige unserer Politiker mal ein Beispiel nehmen. Er arbeitet zum Wohl seines Volkes und seines Landes. Diese Einstellung lässt bei den Regierenden in Deutschland viel zu oft zu wünschen übrig. Nicht mal eigene Wahlversprechen werden von deutschen Politikern, die in Regierungsverantwortung sind, eingehalten. Ein Beispiel findest du im Video über das AfD-Paradoxon oben unter dem i. Wenn auch bei Entscheidungen deutscher Politiker immer in erster Linie geschaut wird, was es für Auswirkungen für die EU oder andere Länder hat, so kommt das Wohl des deutschen Volkes bei den Entscheidungen deutscher Politiker viel zu kurz. Ich meine, dass erstmal im eigenen Land aufgeräumt und alles in Ordnung gebracht werden muss, bevor man nur einen Gedanken daran verschwendet, was andere Länder davon haben oder nicht. Der Blick in andere Länder ist erst dann legitim, wenn es allen deutschen Bundesbürgern gut geht. Niemand Hunger leiden muss und jedem eine angemessene Rente ermöglicht wird. Solange das nicht gegeben ist, hat uns der Zustand anderer Länder nicht zu interessieren und viel weniger ist anderen Ländern Hilfe zu gewähren. Ein Video zum Thema EU findest du oben unter dem i. Reicht die Rente im Alter? Ist das Einkommen eines jeden einzelnen deutschen Bundesbürgers so, dass jeder Bundesbürger unbeschwert leben kann? Reicht der Wohnraum, um allen Bundesbürgern ein Dach über den Kopf zu gewähren? Fördert das Gesundheitssystem die Gesundheit und sind genug Ärzte da, um es sicherzustellen? Hat jeder Bürger die Möglichkeit, Vermögen aufzubauen? Ist Deutschland verteidigungsfähig und ist die innere Sicherheit sichergestellt? Das sind alles Fragen, die positiv zu beantworten sind, bevor über andere Länder nachgedacht wird. Trump tut das, deutsche Politiker leider nicht. Videos zu den Themen Arbeit und Soziales und Gesundheit und Pharmazie findest du oben unter dem i. Präsidenten vor Trump haben von Frieden geredet und Kriege geführt. Trump stiftet Frieden und meidet Kriege. Das beste Beispiel sind die diplomatischen Gespräche mit Nordkorea, zu denen niemand vor ihm befähigt war. Wer ist nun eher eine Regierung des Friedens, wenn man sieht, bei wie vielen Auslandseinsätzen unsere deutsche Bundeswehr im Einsatz ist? Ein Video zum Thema Wehrpflicht findest du oben unter dem i. Genauso wenig muss uns gefallen, was für Entscheidungen Präsident Putin trifft. Es geht uns schlichtweg nichts an. Putin wurde von seinem Volk gewählt, um sein Land im Sinne seiner Bürger und Wähler zu führen. Dieses sogar mit erheblich höherer Zustimmung als jeder einzelne deutsche Politiker. Das trifft im Übrigen auch auf Orbán zu. Die Sanktionen gegen Russland, weil uns seine Entscheidungen nicht gefallen, sind anmaßend. Dieses Schaffen von Feindbildern aus Russland oder den USA muss endlich ein Ende haben. Wenn auch die EU, ganz besonders für Deutschland, sehr schädlich, würde ich als Präsident Putin, solange die Sanktionen anhalten, die Lieferung von Energie, zum Beispiel Gas, vollständig einstellen. Anstelle sich für das deutsche Volk einzusetzen, werden in Deutschland Entscheidungen getroffen, welche nicht im Sinne des Bürgers sind. Anstelle sich an Regierungschefs, die sich für ihr Land einsetzen, ein Beispiel zu nehmen, werden diese medial schlecht geredet. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg Wenn ihr schon dieses Video bis hierhin gesehen habt, dann sind die beiden Videos bestimmt auch etwas für euch. Nötigenfalls die Playlist, wo jede Menge andere Videos für euch zur Verfügung stehen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.